Grüß Gott, liebe Kreativ-Tätigen! Es freut uns, dass wir euch hier unser Datenset vorstellen dürfen. Es sind Filme aus Afrika, aus den 1960ern, mit einmaligen Motiven, tollen Szenen und ungewöhnlichen Aufnahmen. Dazu auch noch die originalen Tagebücher, die auf diesen Reisen gedreht worden sind. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wir, das ist das Team des Auberlehauses in Trossingen, wenn ihr etwas Cooles aus diesen Daten machen würdet. Wir freuen uns drauf und sind irrsinnig gespannt. Bis bald!